Herzlich Willkommen, hier ist dieser Paul mit dem Tipp NumLog und CapsLog Status im Panel anzeigen. Und der Tipp ist vielleicht nur für die interessant, die eine LED-lose Tastatur benutzen. Und zwar gibt es da bei GNOME die GNOME Shell Erweiterung LockKeys und zwar auf der Seite extensions.gnome.org einfach nach LockKeys suchen, dann hier den Schiebeschalter auf ON setzen, dann auf den Button installieren klicken und dann ist die Erweiterung verfügbar hier oben im Panel. Die 1, das ist hier die NumLog Taste, das wird dann noch hier unten angezeigt. NUM Taste an und dann ja, das ist die CapsLog Taste, an und aus, aus und an und so weiter. Wenn man hier drauf klickt, wird das auch noch mal hier angezeigt. Da kann man das auch selbst regeln, selbst die Taste ein und ausschalten. Ebenso gibt es hier noch die Einstellungen und die Erweiterung, die findet man dann hier im Home-Verzeichnis, im Verzeichnispunkt Local, Share, GNOME-Shell, unter Extensions hier, LockKeys. So kann man dann die Erweiterung auch wieder löschen, einfach hier das Verzeichnis löschen und das war es dann auch schon. Das war User Powerful Home Screencast. Ciao und viel Glück! Wir tun's verse. bzw. 0 0 0 0 0 Vielen Dank.